okay zumindest kein feuer zauber der jetzt hier runter gerückt wird immer schätzen hier geht es rein wenn wir das zeug von modus machen wollen oder hier oben ist aber egal wir können hier noch rund weil hier kommen wir noch mal runter zu dem fischer dude das ist doch alles was man hier machen kann okay genau das der weg lohnt sich gar nicht warum läuft hier das automatisch da runter warte mal kurz in den rüberkoppers gucken mist okay seine geguckt marseille ist im gespräch kriechende kleine würmer die macht zieht schon angriff zurück ja okay geht nicht ach so das ist was neues warte mal die macht zieht schon angriff zurück sie ist auf keinen fall wieder schnell erwartet aber sie hat zu viel kontrolle über zu viele geister so dass ich auch bemühe ist du kannst ihren einfluss nicht brechen können wir übrigens mal bitte in zukunft die regel festlegen dass wir im gespräch sind keiner mehr lootet dankeschön generell für alle geht nicht weiter ich bin gerade nicht im kampf gewesen ja guck dir meine physische an ja damals so physische weil wir haben halt leider echt nicht viel magische rüstung es gibt es gibt mehr es gibt mehr genug intelligenz rüstung die ziemlich viel für sich rüstung geben dadurch dass ich ein schild trage ansonsten hätte ich gar nichts Auf jetzt ne Für deiner P Ach komm schon Prepare yourself Da kann sie jetzt ordentlich reinrotzen Ja Ich wäre aber auch dankbar für irgendjemanden Der die Elementartoten von mir Mal weg machen würde Dankeschön Ich wollte da gleich Feuer reinschmeißen So by the way Ja Ne die können anstürmenden auch und Wirbelwind glaube ich ne Also wie gesagt ich würde da gleich gerne einmal Feuer Das ist ja kein Thema Da muss ja keine Fratz nur weg Ich würde eigentlich nur darauf warten Dass Lose eigentlich während sie einmal ihre Waffe so Ihren Zauberstab so schön rumwirft Es entfallen lässt Die Beschwerde oben ist auch noch uncontestet ne Wo ist Leon Wo ist Leon Alter Wow Alter Leon Du hast grad komplett Die Umgebung ausgenutzt Um mich in einem Turnfass zu töten Ja Alter Krass hat gut Ups Ups Sagt er Halbe mir brennt Ups Das ist ja Ups Ach ne der da oben wird mich doch jetzt töten Ach ne Ich komm halt nicht an Ich hab halt nicht um dich Ich hab halt hier Dingens nicht mehr Regeneration habe ich nicht mehr Ja Das Dingens kann halt sein Je nachdem wenn er vorkommt Ob er dich überhaupt sieht Das ist doch der Beschwörer Der kann auch seine Tote ums hier Das ist richtig Ne halten wir bis jetzt erstmal Lacht hoch Und geht spazieren Ach ne Ich weiß halt nicht ob ich an dich gleich rankomme Oder du noch ein bisschen näher musst Damit ich dich heilen kann Ich stehe höher Aber Ja gut Der oben hat ihn ja auch dahin geschmissen Gut du hast einen anderen Blickwinkel Kann sein dass der Wagen ist blockiert mit den Ölfässern Dass der nicht noch hochgegangen ist Dass der nicht noch hochgegangen ist Dass der nicht noch hochgegangen ist Was ist denn was davor Ist das ein Schalter Ja ist ein Schalter Jep Ich hab aber keine Ahnung was der macht Also wenn du schweben oder so kannst Ich glaub Meine Dann müsste er nicht ausgelöst werden Ja ich kann zwar noch schweben anmachen Aber dann ist mein Turnenden da Ich kann AP mehr Oh nett Was ist das denn für ein Chaos Das reflektiert das oder Ne jeder der in den Bereich rein rennt Der Wind wird automatisch vor dir angeschossen Ja Also hätte ich jetzt die vier Punkte in äh Kondition nicht gesetzt Da wär ich tot Das war halt schon krass wie Squishy denn du wirst Ja gut das war aber auch grad echt ein krasser Turn ne Sie hat ja die Sie hat mich ja in die Fallen rein geportet Und die haben ja 300 Schaden gemacht Ja gut das ist auch noch dazu ja Ach komm geh doch weg man Ja das ist halt das ist halt Fleisch Opfer ne Aua Da muss man aufpassen ob man das benutzt oder nicht Mit minus vier Kondition Ich muss echt gucken dass ich irgendwo physische Rüstung herkriege Ist das widerlich Ich hab auch nur 75 physische Ich hab auch nur 75 physische Ja wenigstens kannst du verstärken und Ein paar Reparatur Ja das ist das einzige was mich hier noch ein bisschen am Leben erhält Ja gut du hast auch jetzt 213 physische Ja durch die Verstärken Ja sicher ich hab nur 75 Ja sonst hab ich nur 69 Und es ist sinnig wenn ich mich selber durch das ganze Spiel supporte Eigentlich will ich euch ja supporten Das ist noch ein AP Ja Ach stimmt wegen hingerichtet Wir hätten ja mal nicht irgendwie der Totem vor mir kaputt machen können ne Ne Warum auch Nein nicht du Deinen Totem Achso ja Achso ja Mastern ich spawnen bald das ganze Spiel zu mit Fratzen Super gut Super gut Ach Mist Ach Mist Was denn? Ja das ist normalerweise wenn Wo läuft der vielleicht noch hin ey? Wenn er das äh der Der an dem Wenn vorbeiläuft dann macht er Schaden Aber ich kann da wo die stehen nicht an die vorbeilaufen leider Hm Wär risky da auch zu gehen aber irgendwie Ja sonst läuft der halt noch drei Meter also drei Runden weiter Warte mal ich verzöger aber nochmal die Runde What the fuck Hier die ist an Flammen gestorben Ja Interessanter visual bug trotzdem Ja Ok den hab ich dann nicht Ich schon Ach doch jetzt ja What the fuck Ok Das ist auch neu hat auch noch nie bis jetzt Damit jeder sieht dass hier gestorben ist Alter Der hier hat die unten aber auch keine gute Zeit bei uns Verzögert hat immer nichts gebracht Leon weil der Dinge schon dran war Ja aber ich hab doch jetzt verzögert oder Boah ich hab noch viel mehr visual bugs was ist das Was ist das? Wie ist das denn noch alles? Oh alter ja ich auch Ich bin alles durch Marcel durch Oh what the fuck Okay bei mir diesmal nicht tatsächlich Okay bei mir diesmal nicht tatsächlich Alter das sieht sehr strange aus Marcel wird ein bisschen gefällt Ja Was nicht Siehst du das auf meinem OBS Bildschirm? Ja ich seh es ich seh es Ich hab's gesehen das ist Interessant Ja Hab ich erschienen nicht Nur die Feuersäule Ja Ja und Ja äh Na gut der da oben muss erstmal rumkommen Ja der sieht halt jetzt auch niemanden da unten Ja wir sehen den halt auch nicht Jep Kapverzöger Ok Er ist ja erst nächste Runde wieder dran Geh mal da hoch kleiner Fratz Ja Mensch ich bin ja schon wieder dran Das ist ja Ok betreff ich keinen Joa ne und sonst so Nett hier ne Kann man diese Buff eigentlich auch auf die äh Witwe anwenden? Ne oder? Äh weiß ich gerade nicht weil das noch Cooldown hat Aber Wait Ich waite Ja ich seh die auch nicht Schade Ach der wegen Schlachtruf? Ja Ja der ist da echt in der Ecke drin ey Wenn die sich jetzt auf diese Hängebrücke bauen kann ne Ein Graben meinst du? Ja Aber kann sie What the fuck Oh nein bitte sag mal ich kann ja nicht mal auffliegen wenn man das Hell spinnet Da steht ja doch es geht noch da vorne an der Ecke Boah boah ganz schön viel AP um zu dir hinzukommen ey Ja du bist verlangsamen deswegen Achso ja Verzeihung du bist echt schnell unterwegs Ja wow jetzt stehe ich hier da ihr könnt eh nicht angreifen Warum bist du so verlangsamend? Weil Öl Alter könnt ihr den Kampf auch mal hier hier bleiben? Boah jetzt steht der komplett an der Wand und man kann ihn nicht angreifen Oh hat mich antwerfen Ja er hat Tentakel Porn Äh ich wollt sagen Ja macht ihr den ich geh weg ich hab keinen Bock hier zu sterben Ja man spinnet schon Kann dieses Öl irgendwann mal weg gehen? Äh müsste nach dem Bezug jetzt sein Ne Ne Doch Er hatte doch schon mal diesen Bug das bei ihm ist ja cool Ne der ist weg Ach stimmt Deutsche Aber erstmal ne Bei mir steht da keine Wunde dran deswegen Ja bei mir auch Ja weil das dann direkt auflöst Wenn da eins dran steht wie bei der Frostmagischen Panzer hält die bis zum nächsten Zug noch Und dann hat sie sobald du dran warst und dein Zug beendet ist sie weg Was machst du Dallina? Ja nix Außer komischer Gebetsform Stay Frosty Ja Na ja schon dran Hm Na ja Da bin ich schon mal runter Also diese Bugs ne Von der Neiche und dem Ochsen Das sieht aus man Das sieht aus man Ach Mist Ach Mist Hm Waffen Waffen Würde ich gerne mal sehen wie die Ferngriffe macht oder so Ja Aber dazu kam ich jetzt gerade nicht mehr davon Ich bin nicht happy Was ist das denn? Das ist ja lang Das ist ja lang Das ist ja lang Aber die sind nach der Überladung doch nach zwei Runden weg ne? Ja 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 Okay Der kleine Fratz ist nicht mehr im Kampf LOL Oh Okay Woher kommt mal Wie gut dass er im Kampf gewesen ist Ey dieser Beschwörer der zieht das gerade so raus Hahaha Der hat halt keine Zeit Äh Problem Lena Ja definitiv nicht I'm ready I'm ready Ich find's aber krass das Leder einfach im Kampf ist Obwohl sie mein weit entfernt ist Ja das ist schon herftig Komm da hoch Hahaha Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn nur noch hinterher zu kommen Ach Ach ne komm Vor allem dadurch dass mein äh kleiner Fratz aus dem Kampf draußen ist Hat sich meine Rüstung komplett wieder gebufft Okay Akzeptiert Ich warst du wahrscheinlich auch aus dem Kampf oder? Ne ich war drin Halt's auf Ja Hä Ja Ja ich kann die scheinbar nur mit überladen Ja das andere geht glaube ich nur auf die Dinge Da gibt's doch diese diese äh Mod für ähm Dings hier Ja Und Verbesserter Beschwörer gedöhnt Da kannst du das glaube ich auf alles anwenden Ja ich kann nur überladen meiner Spinne geben Ach ja Mensch ich bin auch nochmal dran Ja ich lauf mal danach bin ich ja nicht mehr dran Hi Wait das war noch keine zerrunden Ne das weiß ich nicht Weil ich spinne runden Ja aber die hat ja mit der Überladung nur einen Zug gemacht so gesehen Ja an sich da Du darfst dann nur noch einen Zug machen und in der nächsten verschwindet sie Wow Ach Lena dieses Huhn war ne super gute Idee von dir Ich wollte nicht Wer weiß was der noch alles beschworen hätte Aber okay das wäre jetzt so sein Lena ist nicht mehr im Kampf drin ne Ah Hahaha Wiss ich Ne Wie war's denn aber hier Wo läuft er denn auch hin ey das gibt's doch gar nicht Oh ne man Der steht auch Der steht nicht mehr im Rücken so an Der steht fast im Stein Ja ja aber der Rücken ist hier Wo ich jetzt stehe Oh wenn er jetzt noch weiterkommt den Seenreißer ich jetzt hier in die Schnauze Also Ja äh Ne Gib mal lieber zu dass du hinterher kommst Hahaha Die ist immer nur aus dem Kampf Gehst du bitte mit uns spazieren hier Das ist schon ein nerviger Gegnertyp Beschwörer laufen einfach nur weg Hm 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 Geht aber nicht durchs Feuerlager Gut die beiden Beschwörer von uns laufen hinterher ey Ist das gut Wow Der hat aber doch Oh der hat noch ein bisschen magische Rüstung Und okay Problem ist mit allem was ich habe treffe ich dich auch Damit vielleicht nicht Mit diesem Stab ne Na Na Also ich hab ja noch magische Rüstung Noch 100 äh 56 Glory is mine Glory is mine Vielleicht kannst du denn laufen damit Dahin Wow Okay das war doch zu viel Schade Kannst du keinen Feuer bei Juhu mehr machen? Ne Kein Fährkampf mehr Kein Angriff Ich würde jetzt zu gerne sehen wie dieses Huhn daran stirbt Wenn es läuft Weil es hat Feuer drauf Plus Gerissene Seele Das musst du eigentlich beim ersten Schritt sterben Lena flext wieder ein bisschen Könnt ihr das bitte laufen lassen? Ich sag ja ich meine dass er eigentlich ähm Das Huhn muss sich bewegen Nein er hat noch eine Die stirbt einfach Tschüss Oh wir können dann reden Ja kommt mal alle her hier Ich kann noch nicht reden Ich bin nicht da Jetzt Du lässt dich an die Augen der Zwerge Schwarz bis zum Tod Als wir normal wurden Halt nach Hinweisen Ausschau Was auch immer hier vor sich geht Wir sind in der Defensive Wie eigenartig beeilen wir uns Ich möchte das Wesen finden das hierfür verantwortlich ist Das ist ein widerlicher Ort an dem falsche Spiegel getrieben wird Wir müssen achtsam bleiben Man kann Leute nicht einfach so benutzen Was auch immer Besitz von ihnen ergriffen hat Wir werden es finden und ihm genau das einbläuen Ja das ist etwas was Lose glaube ich gesagt hat Das glaube ich auch ja Jo wir sind jetzt noch zum anderen Loot zurück Das ist auch noch ein Geist ne Haben wir mit dem schon mal Quatsch mit dem Geist? Achtung das sind Scheitern ne oder was das auch immer ist Ich war hier oben schon Mist Finde ich so greedy Ich muss aber gerade mal kurz auftreten Das heißt ich bin gar nicht wieder da Du drück mal Alt Dann geht hier auch noch so ein gelber Neuer Strich davon in alle Richtungen Das war mir sehr weird Wie gesagt ich bin sofort wieder da bis gleich Es geht ja vor allem weiter Yes